Der ehemalige belgische Ministerpräsident Jean-Luc de Hane ist tot. Er starb in Frankreich an den Folgen eines Sturzes. Dies teilte seine Partei, die konservative Europäische Volkspartei EVP in Brüssel, mit. De Hane war von 1992 bis 1999 Regierungschef in Belgien. Zehn Jahre lang war er Mitglied des Europaparlaments. De Hane genoss vor, während und nach seiner Amtszeit einen Ruf als unerschütterlicher Krisenmanager. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagte, De Hane sei ein Mann gewesen, der immer für seine Überzeugungen eintrat, der immer für Frieden und soziale Gerechtigkeit in Europa kämpfte. Er, Schulz, habe immer De Hane's Ehrlichkeit bewundert. Der ehemalige belgische Ministerpräsident und De Hane's Nachfolger im Amt Guy Verhofstadt meinte, De Hane sei ein großer Europäer gewesen, jemand, dem wirklich viel an Europa lag, der sich eine wichtigere Rolle für Europa wünschte. Seit der Europawahl 2004 war De Hane Mitglied des Europäischen Parlaments. Jean-Luc De Hane wurde 73 Jahre alt.